Dieser gebrauchte Dacia Duster ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 47.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, Dachreling, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt einer Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Benziners bei 6,3 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt einer Leistung von 6,3 Litern. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt einer Leistung von 6,3 Litern.